Ich will Minecraft 3 Ich will Minecraft 3 Ach du Scheiße Das sind noch mehr Motherfuckers, Mann Was ist hier los? Ach du Scheiße Das kannst du vergessen, Mann Das kannst du echt vergessen Hätte ich ein Eisenschwert und hätte ich Rüstung Würde ich drauf gehen Lass uns die abschlachten nach der Reihe Ich laufe rein, laufe raus und ihr schlagt die ab Habt ihr gesehen den Geist? Oh, hier guck mal der Geist Dieses riesen Baby oben Na da fliegt so ein Ding rum Hier links Siehst du, wo ich hinguck? Guck mich an Hier Scheiße, ich brauche auch meine Eimer Wasch, gib mal die Eimer her Du brauchst Eimer, ich Feuerzeugeeimer So, Feuerzeug aus Das waren drei Eimer Ja, deine Eimer hier Steck sich dir alle rein Aber Brötchen behalte ich, Mann Okay Wollen wir die abschlachten? Oh, das wird schwer Ja, ich locke sie und ihr schlagtet die ab Nein, nein, gib jetzt einfach mal alleine vor Vielleicht von der Seite oder so Merk dir das, Fabi ist total intolerant zu mir Wieso? Das ist voll unnipp Weil ich was vorschlage und du sagst, geh alleine sterben, Mann Nein, ich geh nicht alleine sterben Wir würden es schaffen, wenn wir alle zusammen wären Okay, ich hab jetzt einen angegriffen Oh ja, oh Oh nein, 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 du spielst ja Oh, ich geh weg Das macht keinen Spaß Ja, hinter dir, Sascha Ja, ja, das spüre ich schon, Mann Die kleben mir am Arsch Lauf weg, Mann Das macht keinen Sinn Ja, helf mir doch mal jemand, verdammte Scheiße, Mann Oh, du bist gestorben Laufen die immer noch hinter mir her Wo bist du denn gestorben? Ey, wir müssen die Lava Eimer einsammeln, sonst ist das echt scheiße Wo ist das? Die sind da, wo ich gestorben bin Ah, aber wo bist du? Oh, oh Dich mal ist auch gestorben Echt? Drei Schläge und ich war tot Ja, das ist doch bescheuert, Mann Das sind diese Scheiß... Scheiß... Dinger Seid ihr jetzt alle drauf oder was? Jaaa Ja, Mann, echt? Kannst du uns teleportieren? Ha, ich hab's vergessen Aber das Schöne ist, weißt du, ihr habt am lautesten gelacht die ganze Zeit Und jetzt werde ich alles einsammeln, was mir gefällt Und ihr bekommt nur noch Bullshit Das habt ihr davon Ha, 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 ha Oh, man Ich weiß nicht mehr, wo ich hinlaufen muss Ja Ich bin mit dir, wieso warte es nicht auf mich? Wo bist du? Ich bin hinter dir Wo? Bist du drin? Ja Komm, ich bin hier Sind wir... Wo sind wir denn hier? Hier, oder? Ja Ach, Scheiße Ich weiß nicht, wo das ist Aber ohne Rüstung ist es schon voll Piste Hast du unsere Sachen gelassen, Fabio? Du weißt doch, dass ich ganz schlecht bin im Orientieren Ja, ich finde hier das Schlechterste, ich würde einfach laufen und suchen Oh, Mann, das wird dauern Ja Zuerst nach oben ein bisschen, oder, Fabio? Keine Ahnung Ah ja, komm Ich weiß es nicht Er weiß es nicht Mann Hier, guck mal, Sascha, komm Hier Hey, so schnell hast du es rausgefunden, Respekt Das war ja nicht schwer und jetzt sehe ich schon seinen Namen Er ist irgendwo hier unten Er ist irgendwo unter uns Weil wir kannst schon ein paar Melonen abwerfen Ja, klar Aber das ist das Wichtigste, er will dich nicht Du musst erst mal ein bisschen einsammeln, weißt du? Vielleicht ein Schwert? Nö Nö Wenigstens aus Stein Kein Bock, Mann Aua Aua, Mann, meine Eier Okay, ich muss... Ach du Scheiße Fabi Wo bist du? Ja, ich muss abhauen Ich hab Angst Ja, ich auch Ich werde einen Kommentar vorlesen Könnt ihr mir helfen? Ich werde keinen Kommentar vorlesen, weil ich sterbe Weil Sascha mich runterschmeißt Bist du dumm? Ich wollte dich anstreben Das ist mein Platz Weil du so... Die Wohnung bleibt so wie sie ist Das ist mein Haus Wo ist er denn? Ja genau, schrei jetzt Sag jetzt authentisch Nein, 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 nein Schau mich an, das sieht dann lustig aus Halt, stopp! Hahahaha Schau uns an, da stehen alle oben Und was machen wir jetzt, wir sind so dumm Wir schauen was die machen Ich will deine Krone haben Aber Fabi schlau Guck mal, Fabi schlau Ich will auch sowas Fabi, hast du noch ein paar Steine und ein Schwert? Ich mach das auch Ich hab Angst runter zu gehen Gib mir ein paar Steine Ich geb dir gar nichts Bitte Jetzt geb ich dir eine Facke Aber das ist eine gute Idee Hey, du bist doch dumm Wieso gibst du nichts? Ich hab ein Schwert in der Hand Weißt du, wenn ich schlag, dann schlag ich richtig Eeeeee Wow, 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 wow Pudi, Pudi, Pudi Geben wir uns da, wo wir gestorben sind, wir müssen unsere Sachen abholen Ja genau, holt eure Sachen Wo? Die Frage ist, wo wir gestorben sind Ja Hier doch irgendwo, oder nicht? Ja, wo seid ihr denn gestorben? Ich hab Pilze, du hast alles aufgesammelt, oder nicht? Du Ich Nein Jaja, klar Ich hab nichts aufgesammelt Hä, wo ist es dann? Keine Ahnung Oh, hier ist das Hier ist das Guck mal, Sascha Guck, guck, guck Siehst du dieses Wiesending? Wow, was war das? Ich hab's für ein Wiesengebot Scheiße Er hat auf dich geschossen, oder? Volle Kanne Hehehe 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 Ich muss es finden Ich hab Angst Ey, er hat alles Das kann nicht sein Wer ist er? Du Es ist um die Ecke ist doch voll viel, Mann Wo? Oh, Mann Die ist doch nix Also die mich Ich habe es gefunden Wo? Es ist hier Es ist hier um die Ecke Aha, um die Ecke, aha Und wo ist die Ecke? Oh, was ist denn los mit diesem Scheiß? Die Ecke ist bei der Ecke, Mann Ach so, und wo ist die Ecke, bei der die Ecke ist? Da, wo die Ecke ist und das eckig ist Ah, die Ecke, ah Ja, diese Ecke, Mann Ah, ach so, jetzt sehe ich das Die Ecke weiß schon was Ah, jetzt sehe ich die Ecke Okay, ich hab hier ein paar Sachen eingesammelt Und Wasch Wow, kill den, kill den Wir werden angegriffen, es wird geschossen Können wir zurückschissen, Mann? Ja Schissen kannst du, ja Ich scheiße mir die ganze Zeit schon Hast die mal eingesammelt? Ich hab nur ne Schaufel bekommen Hä, soll ich dir was geben? Warte, was hab ich jetzt gemacht? Gib mal ein Schwert, Mann Ich hab ein Schwert, hier Bist du hier? Ja Oh, das ist ja, das ist ja lieb Wo seid ihr denn? Also ich hab drei Eimer Lava und ich hab ganz viel rote Steine Ich hab ein paar komische Hässchen geschaufelt Mhm Ich hab zwei Spitzhacken, zwei Bögen Gut, das ist mein Guck mal, Dima Dima, siehst du diesen Ort? Hierher kommen die geil geilen YouTuber Ja, ich bin auch aufgewachsen Das, dann hierher kommen wir Das wird unser Lebenchen sein Aber sieht nicht so schlecht aus Oh, das ist fertig Wow, 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 ey Bist du bescheuert? Wow, ey Mit Schwert kann man da raufschlagen, oder? Mit Schwert Ja Komm her Hast ein Schwert? Ja Wo seid ihr denn? Komm her, komm her Das funktioniert nicht Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Das funktioniert nicht Das funktioniert nicht Das Schwert kannst du die abschlagen, Sasch, versuch das Achso, okay Diese Beile, die er schießt Wo seid ihr denn? Oh, wir werden sowas von angegriffen Aber schau, die tun uns nicht, diese volle Idioten hier Weil sie Angst verzlossen haben Ja, die haben Angst verzlossen Die haben alle kein Gehirn, man Halb Schwein, halb Zombie Nein, ich sterbe Lass uns lieber nach Hause gehen, Fabi Geh nach Hause Nimm die Sachen mit Scheiße, Mann Ich sterbe, Mann Ich muss abbauen Geh nach Hause Ich geb auf, Mann Die machen mich fertig Ich hab mich umgedreht Aber ich geb hier so viel zu den Denken, Mann Ich bin grad gestorben Oh, Mann Ich kann nicht mehr Die haben sowas von Schiss Ich muss rausgehen Ich geh raus Du musst fliehen Oh, nein Oh, nein Oh, nein Nein Ich brenne Ja, dann, ähm, dann brennst du Sieh mich lang Also bis, glaube ich an Hey, ich bin hier, ich hab mich versteckt Ja, das bringt nichts Du musst abhauen Ohne, wenn es geht Komm, komm, was willst du schaffen Wir bis dahin Komm her Ich seh dich doch nicht Warte ich Ich schau von mich raus Da, siehst du mich? Ne Ich bin im Loch Ich hab mich versteckt Seh dich nicht Komm her, das voll aufregend Man fühlt sich wie ein kleines Händchen Ja, der mit seinem Komm her Ich seh nur Geister und Da, da bin ich Da, da Ah, jetzt seh ich dich hier Da, da Hey, ich steu, ich geh nach Hause Ich kann nicht mehr Allernst Ja, wir sterben einfach, oder? Ich hab keine Wahl Ich muss noch mal nach oben gehen Ah, ja, ich geh nicht Ich geh nicht, das macht keinen Spaß Ich weiß, was ich mach Ich lese einen Kommentar Okay Und zwar Mist, Mann Guck mal Von Sveni199 Fabio, sorry, wenn ich dir das jetzt sag, aber du nervst in letzter Zeit ziemlich Ich hab immer deinen Minecraft Let's Play angeguckt, aber seit du mit Dima und Sascha spielst, nervst du Tja Guck mal, das ist noch nicht vorbei Gib mal gescheite Antworten, Digga Nicht immer nur interessant oder Da komm ich hier rein Da komm ich hier rein Wo ist das am Haus? Im Haus? Ja Ich glaub nicht, dass wir eins im Haus haben Was ist doch ums aus? Okay, ich geh auf jeden Fall nicht wieder da runter Weißt du, was ich mach? Ich muss aber dahin Ich bin ein Actionheld Actionheld, der größte Welt in deiner Welt Actionheld Der größte Welt in deiner Welt, das ist gut Der größte Held in deiner Welt Ah, 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 ah Das war deutsch Wie sie nix verstehen Mann, ich finde Portal nicht mehr Ich finde Portal nicht mehr Ich bin so schnell da rein, dass ich nichts nicht finde, Mann Ich glaube, ich mach mir ein Aquarium im Zimmer Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Eins, drei Wolltest du das nicht schon lange machen? Zehn Ja, doch Drei Vier So Uiii Drei Und hier drei Es geht irgendwie hier So, so größ wird die sein Dam, 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 dam Diese wird ich bin Ey, warte, warte Ja, ich benutze eine Diamantenspisshacke Ja Ich bin dumm, ja Ja Ne, okay, ich mach mir jetzt eine normale Gut Seite nach unten Überredet Keiner ist mehr unten Ich geh nie wieder da rein Das macht mir Angst Ey, fuck Und ich habe nichts Mich zu Ja, wo bist du denn? Ich bin unten Soll ich zu dir kommen? Die sind hier bei mir oben Die lassen mich niemals durch Ja, warte, ich geh noch mal runter Und hol mir noch mal drei Eimer Lava Dann hab ich meinen kleinen Dinger fertig Brauchst du Eimer? Ist egal, wenn ich sterbe dann Ich hab drei dabei Okay Drei reichen aus Ich hab auch drei Stück am Start Wie kommt das? Wieso hast du drei Eimer am Start? Warum nicht? Mach mir doch keine Vorwürfe Nein, nein, das war ja kein Vorwurf Das war eine Frage Warum nicht? Scheiße, Mann, ich komm Ich komm nicht vorbei Bist du noch nicht tot? Ich? Nein, aber ich finde den Weg nicht Ich finde die Straße nicht Ja, Sascha, warte Ich bin bei dir, hinter dir Du bist hinter mir? Ja Wobei weißt du das? Ich hab dich vergessen Ah, was wir nicht haben ist Holz Genau Genau Das ist komisch Die laufen nur gegen dich Und du bist schon am Abkacken Ja, ja, drei Schläge und Tod Die sind halt giftig, Mann Giftige, abgefuckte Blöde, dummes Zombies Man, das sind gute, gute Zombies Wie hast du diesen Weg gefunden wieder nach unten? Du bist doch Sascha Ich bin hier oben Ich hab dich doch gerade gefunden Wo? So, dich brauche ich erstmal nicht Du bist schon runtergelaufen Ich brauche dich und vielleicht Oh ja, ich mach mir auch eine Ich bin gerade runtergelaufen Ich musste nur diese Straße finden, aber wo ist die Straße? Jungs, was machen wir eigentlich im Sommer? Was? Wäre cool, wenn wir irgendwo hinfahren würden Keine Ahnung wohin Hauptsache nicht hier, Gammel Das kostet ja voll an Wir könnten mit Wohnmobil Türkei fahren Ah, ich hab's gefunden! Oh, das wäre lustig Oh, ich hab Grafikfehler am Start Jetzt nicht mehr Türkei wäre auf jeden Fall geil Ja, ja, wäre lustig Ja Mit türkischer Musik Und ist auch schön dort Ja, sehr Klar Aber welche Stadt? Die, die mit den meisten Leuten da Aber nicht wie wir das letzte Mal beim Mach mal locker waren nur am abkacken und es hat die ganze Zeit geregelt Aua, Aua, Aua! Oh, Maaan! Hihihi! Scheiß, fuck, kack, Dinger, Mann, kotzen mich so an Ich darf eigentlich den schönen Dschungeln Ich bin auch dort, Fabi Ah, die kotzen mich an, Mann Ja, dann komm Ich will doch mal Komm mit, wo bist du? Ich bin hier Ich warte vor dem Portal auf dich Hm Okay, ich komm mal runter Scheiß Schwein, Männer kotzen mich so an Ja, weil wir müssen damit fertig werden Wir müssen die Unterwelt Komm, bist du denn? Komm Kann man die Unterwelt überhaupt auslöschen, da alle? Ich mach kurz ne Melone kaputt Melonee Ich will meine Sachen abholen, Mann Die haben mich getötet am falschen Ort Ich bin jetzt in der Unterwelt Ja, warte doch mal kurz auf mich Du weißt doch gar nicht Ja, ich warte auf dich, Mann Ich warte auf dich Ich bin hier und warte auf dich Aber eine Frage, warum geh ich so ab? Wer? Weil ich auf ihn warte Sascha oder ich oder alle? Oh, ihr seid dumm Nein, Sascha, wo bist denn du? Ja, komm Meine Mama sagt dumm ist der, der dumm ist mir Ja, also Gib mal ein paar Melone zum Essen Deine Mama ist auch dumm Komm, hier geht's runter Schau, wie schnell er das gefunden hat Ja, natürlich Das war nicht schwer, Mann Doch, wo ist sie going? Njam, njam, njam Ey, warum geht das nicht? Okay, ich brauche Ich hab sehr ruhig mit dem Musikrad am Start Ja, weil ich voll bin Was hast du denn? Dein Arsch ist voller Melonen Okay Oh, ja, ja, Katze Jetzt schwinde ich lang Gleich kotze ich mal vor so vielen Treppen Vielleicht bekomme ich jetzt die Katze Der Junge ist ja Du hast ja da Du hast ja einen Arsch auf und da gibt's einen anderen Weg Wir können ja eigentlich einfach ein Auto nehmen Guck mal das an Und einfach irgendwo hinfahren Spontan Schön, die sind lustig Ja, das wäre ein Abenteuer Wohin? Spontan Wohin? Wir nehmen Würfel mit und wenn wir eine Zahl unter 3 haben, fahren wir nach links Und über 3 nach rechts Und dann würfeln wir einfach Oh, die Schweine kotzen mich so an Ey, ich will dann Auto fahren auch Oh, ich will dann nicht fahren Nein, ich hab keine 3 Komm schon mal Das sieht auch schön aus hier Hat jemand einmal mit Lava geklaut? Ey, ist aber eine gute Idee, Mann Ja, vor allem mit Würfeln Das ist gut Also ich wäre dafür, dass ich den Führerschein mach Für diesen 3,5 Tonner Und dann von Sascha seinem Dad den Wohnmobil ausleihen Braucht man da einen Führerschein, echt? Ja, mein Vater ist voll geil drauf, dass wir sein Wohnmobil zerschrotten Er will das einfach Ey, ich muss abhauen Ich kotze ab Ich kotze ab Bist du in der Unterwelt? Nein, ich geh da nicht mehr So ab, Mann, verdammte Scheiße Die kotzen mich so an Es macht so keinen Spaß hier Nur mit der Ruhe Nur mit der Ruhe Alles mit der Ruhe Wo bin ich gestorben, Leute? Wisst ihr das? Es kotzt mich an Ich weiß nicht mehr, wo ich gestorben bin Die drecksverkackten Motherfuckers Die kotzen mich so dreckig an Ey, du rappst ja Bist du in deinem Haftbefehl? Mann, 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 Mann Wo hab ich den Versteck damals? Damals Oh, 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 oh Damals In der Oh, Mann, kotzt mich an, du Wie war das bei American Pie? Wem redest du denn die ganze Zeit? Kein Mann, stell dir zu Im Ferienlager Ferienlager, ja Ja, endlich, Mann Ich hab gewusst, dass du mir dieses Wort gibst Ja, weil ich war auch im Ferienlager Ich hatte auch eine Flöte Am Start Du hattest eine Flöte? Oh, das war knapp Das war knapp Ich hab nix, einfach nichts Wo bist du, Jim? Bist du oben? Bist du auf der Erde? Bist du auf der Erde? Weißt du, was mir aufgefallen ist, dass die meisten Zombies hier Könige sind? Das heißt, alle Königen werden Zombies Böse und die kommen in die Hölle Das heißt, ich erwarte das gleiche Schicksal eigentlich Scheiße, Mann Mischter König Sag mal, wo bin ich gestorben? Hat jemand meine Sachen eingesammelt? Ne Ich geh da nicht mehr runter Ich auch nicht Es macht mich so fertig, es macht mich so fertig, es macht mich so fertig Ich hab so viele Diamanten verloren So ein Lügner Hm, was hättest du welche dabei gesagt? Äh, Fabi? Ja Ich weiß, ich hab dich ja gestern schon gefragt, aber du hast mir glaube ich nicht geantwortet, wie man so einen Knopf macht für die Tür, weil ich habe kaputt gemacht, Lieder Ich hab die alle verloren Ja, warte mal, da ist doch irgendwo noch ein Knopf Ja, ein Knopf geht ganz einfach, du hast einfach zwei Steine, oben und unten, in der Mitte Mhm Das war's Scheiße Ach du Scheiße Ich brauch keine Sachen Oh ja, Stein Ich geh hier nicht ohne meine Sachen, ihr abgelutschten Würde Die Wohnung bleibt so wie sie ist Das ist mein Haus Scheiße, ich hab alles verloren, einfach alles Wo hast du es verloren? Einfach alles Unten, einfach alles So schöne Eimer mit Lava, alles drum und dran Dann kam so ein hässliches Schwein Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es finde? Hm, sehr gering Oh, oh, ich werde bombardiert, Mann Aber du findest es eigentlich ganz einfach Fabi? Ja Hast du nicht gesagt, zwei Steine oben und unten? Wow, 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 das ist jetzt gemeint Das funktioniert nicht Wow, wow Ja, vielleicht gewaschene Steine, oder Wie wäscht man sie? Ah, das habe ich gestern schon gefragt, wie wäscht man sie? Also ich sag dazu gewaschene Steine, aber es gibt keine gewaschene Steine, es gibt nur so gebackene Steine, die man im Ofen backt Aber wenn sie gebackene Steine gebacken hat, dann sehen sie aus, als wären sie gewaschen Naja, du laberst wohl Verstech Na, ich verstehe, man kann dir gut folgen Gewaschen ist gebacken, das ist schon verständlich Ja, das ist noch was anderes Dieser deutsche Gute, gewaschen Ah, Mann, 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 wo bin ich gestorben? Ey, ich habe noch einen Kommentar von Agro1 Fu, fu ihr Opfer, kauft Bill Meni, wie eklig ihr seid Ey, das ist gut, das reimt sich ja richtig Ja Mann, weil der ist Agro, verstehst du? Fu, fu ihr Opfer Fu ihr Opfer Fu, fu ihr Opfer Fu, fu ihr Opfer Fu, fu ihr Opfer Fu ihr Opfer Fu ihr Opfer Ey, fu, fu ihr Opfer Bill Meni sind eklig Opfer Fu Fuh Fuh, fu ihr Opfer Fu, 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 fu aber aber wo ist der noch einig die abkürzung für Parkjuh oder nicht ich bin dass ich bin dass er nicht mehr man kann doch anders sagen damals nicht so böse er meint er so weiß so nein er mein so gut er feiert also vorher auch so er schreibt und so er hat so hoch kommt wo 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 er bleibt auch auf dem Leben ich verstehe das ist ja klar und gehen dann machen die Meister wurde damals gestorben ich bin ich bin mann du hast mich schon ich weiß es du hast schon gefragt also mein Computer ist voll am abkacken ich weiß es nicht wie dein Computer kann kacken ich stelle gerade vor dein Rechner das auf dem Klo kackt ey was willst du Windows ok was wir nicht haben ist Sand deswegen gehe ich ein bisschen Sand wollen wo ist meine Rüstung mann also ich wollte diese roten Steine verwenden für die Burg oben wisst ihr was Jungs manchmal wache ich auf und denke mir ich hast du dich und ich muss ausziehen echt was damit ich war auch so Eiboll blind du blöder blöder was weiß ich was du bist blind blind also ich würde echt gern eines Tages einfach verschiehst echt eine Ratte auf mich eine Ratte ja so ein scheiß Robin Hood mann würdet ihr eigentlich euch Gedanken machen oder trauern wenn ich weg wäre ich würde einfach was ich hab eigentlich aus Versehen die falsche Festplatte ausgesucht deswegen hat sie so gestockt aber so wie es aussieht läuft jetzt wieder einwandfrei alles einwandfrei das hat nimmst du auch der wichtigste Brot Ockmann der Komma herkommende sind von dieser Stadt lassen sie bei euch ja im Keller wenn ich machen schärbt du hast eine noch gar nicht oben bisschen was zu bauen unsere Burg oder n naja warum auch gern ist nicht so mein Ding Burg das ist nicht so mein Ding h kann man kurz essen